Hallo zusammen, heute gibt es mal wieder eine kleine Sattelvorstellung von uns und zwar habe ich hier den Sattel schon neben mir liegen. Das ist das brandneue Modell von RR Plus. Das Modell heißt Connect. Das ist quasi sozusagen die Fortsetzung oder der Aufbau oder anders gesagt ein kleines Update für schon im bestehenden Sattel. Machen wir gerade ein Video rein. Ganz genau, das war der R Plus im Impuls, den wir euch damals vorgestellt hatten. Der Impuls wurde jetzt, also wenn ich das richtig verstanden habe, sollte es so sein, der Impuls wurde etwas überarbeitet. Daraus ist quasi der Connect entstanden. Der Connect hat mehr oder weniger im Aufbau den Sattelbaum vom Impuls drin. Der wurde hier aber an der Talierung noch mal etwas bearbeitet, um den Reiter noch mal ein bisschen schmäler und näher ans Pferd zu setzen. Und vor allem wurde der Sitzschaum hier noch mal etwas bearbeitet, dass man quasi tiefer in den Sattel reinkommt. Also man sitzt noch mal näher am Pferd. Der Abstand hier wurde etwas reduziert. Es wurde alles noch mal etwas überarbeitet, um den Reiter halt quasi näher ans Pferd zu bekommen, weil der Impuls super guter Sattel. Aber ich hatte hier und da schon mal das Feedback bekommen, dass der Reiter sich so ein bisschen über das Pferd gesetzt gefühlt hat. So und das wurde dementsprechend auch berücksichtigt und dementsprechend wurde der Sattel noch mal etwas überarbeitet. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt den Impuls und den Connect gibt oder ob der Connect bleibt und der Impuls quasi dafür wegfällt. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch den Sattel einmal kurz zeigen. Also wir haben quasi, der Aufbau ist eigentlich dem Impuls sehr ähnlich. Auch die Optik, das ist alles sehr, sehr identisch. Hier haben wir jetzt eben einen Schriftzug, da steht Connect drauf und nicht Impuls. Das hat sich da geändert. Also hier oben an der Seite steht jetzt Connect und nicht Impuls. Wenn man mal nach unten geht und von der Unterseite guckt, haben wir auch hier wieder eine Klettpausche vorne dran. Wir haben hinten die Y- beziehungsweise V-Gurtung. Wir haben auch hier wieder die Möglichkeit, wenn man das Kissen hinten abschaubt, dass man das Sattelblatt mit einer Schaube hier oben etwas nach vorne verstellen kann oder nach hinten. Falls ihr das Video nicht gesehen habt zum Impuls-Sattel von uns, das ganze Video, das verlinken wir euch jetzt mal hier oben, da. Verlinken wir euch das jetzt mal rein in den Infokarten. Da könnt ihr auch euch das Video direkt nochmal anschauen. Da seht ihr das alles wirklich nochmal von vorne bis hinten, von oben bis unten komplett im Detail gezeigt. Wir gucken uns den Sattel jetzt nur nochmal von unten an, weil da auch da fand ich den Sattel sehr, sehr gut. Also da ist es nochmal, finde ich, ein Stück besser als beim Impuls, weil der einfach hier durchgehend von vorne bis hinten einen mega, mega breiten Wirbelkanal hat und auch einen effektiv reellen Wirbelkanal. Wieso sage ich effektiv reell? Weil es ist immer ganz wichtig, wenn so ein Wirbelkanal sehr breit ist, weil ich sage mal so, das Kissen kann ja jeder irgendwo nach außen setzen. Also man kann ja immer das Kissen probieren, nach außen zu setzen, das Innenfutter ein bisschen verkürzen. Also Innenfutter, sprich das, was zum Sattel hingeht, hier unten drunter, das Innenfutter etwas zu verkürzen und dadurch das Material weiter raus zu kriegen, um somit den Wirbelkanal zu verbreitern. So, jetzt ist es aber oft so, dass genau auf dieser Höhe hier, von hier bis hier, wo der Sattelbaum seine Aussparung hat, weil hier sitzen ja die Steigbügelschlösser unten drunter, dass hier eben die Talierung für den Reiter ist und der Sattelbaum dann hier in der Mitte vorbei geht und hier hinten natürlich erst wieder breiter wird in der Sitzschale. Und dann hat man bei vielen Sätteln das Problem, dass die hier unten dann ein Loch haben. Also quasi von hier bis hier ist wie so ein Loch dann. Und dann hat man das Problem, dass das Sattelkissen sich dann in Bewegung hier vorbeidrücken kann und dass es dadurch dann zu einer Wippbewegung auf dem Pferd kommt. Hier ist es jetzt aber so, wenn man hier das mal abtastet, der wird überall von vorne bis hinten gleichmäßig getragen. Es wurde auch, soweit ich weiß, hier unten eine kleine Verstärkung eingebaut, dass es wirklich immer gewährleistet wird, einen sehr breiten Wirbelkanal zu haben, aber das Kissen halt auch dementsprechend stabil. Weil wenn ihr euch jetzt mal ältere Sättel anguckt, hat man das Problem wirklich, wenn man hier hinten lang fährt, merkt man einfach, dass irgendwo die Verbindung fehlt und in Bewegung kann das Kissen sich hier vorbeidrücken und kann dann da die Last nicht so gut aufnehmen. Ist hier aber nicht der Fall, zum Glück. Deswegen haben wir hier einen wirklich sehr breiten und auch wirklich reell breiten Wirbelkanal. So und wie gesagt, auf den Rest möchte ich jetzt nicht so sehr eingehen, weil wir wie gesagt schon ein Video dazu gemacht haben. Hauptsächlich der Sitz ist anders. Der Reiter sitzt näher am Pferd und hat dadurch eben auch einen tieferen Sitz. Ja, hier in der Variante haben wir den ein bisschen aufgehübscht. Da haben wir noch ein paar Lackdetails dran, aber das könnt ihr euch jetzt gleich nochmal anschauen. Deswegen gibt es uns noch ein bisschen was fürs Auge. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.